Hi, oh mein Freund, Freund, Freunde, ich bin der FIFA hier und wir haben hier weitere Player Predictions, unter anderem mit Druck bei Morata und Tevez und ich quatsche schon wieder 10 Sekunden, das ist viel zu lang, weil wir haben mit Morata. Ja, 46 Spiele, 15 Tore, 7 Assets, eine wirklich unfassbar gute Saison bei Juventus Touring gespielt, unfassbar oft eingesetzt worden und er kriegt deswegen ein Upgrade von 77 auf 79 und wird zur Rare-Karte, das ist denke ich mal verdient und wenn wir uns die Werte angucken, wird das auch klarer. Er kriegt 2 im Pace, ich denke 78 ist wirklich langsam für ihn, 80 Pace geht da schon in Ordnung, weil er wirklich schnell ist und auch torgefährlich, mit 15 Toren kriegt er deswegen auch im Schuss noch einen Punkt dazu, für 7 Assists geben wir ihm 3 Punkte im Pass, weil ich denke, dass 53 Passwert ziemlich gering ist für Morata, er kann wirklich passen und sollte deswegen auch besser bewertet werden. 2 Plus im Dribbling von 74 auf 76 geht auch in Ordnung, genauso wie Physik, 70 Punkte, er ist ein wirklich großer und kräftiger Stürmer und eben auch schnell, das ist wirklich sehr sehr gut und macht ihn auch unfassbar gut. 3 Sterne Weakfoot und 2 Skill Moves geht alles in Ordnung und ja, gehen wir weiter zum nächsten Spieler, da ist Didier Drogba, der ein Downgrade kriegt. Trotz seiner 40 Spiele, 7 Toren und 2 Assists gebe ich ihm von 81 auf 79. Er verliert im Pace 2 Punkte, was seinem Alter geschuldet ist und verliert auch im Schuss 2 Punkte, was eigentlich alles seinem Alter geschuldet ist. Noch ein Minuspunkt im Passen und ein Minuspunkt im Dribbling, ich denke, das geht alles in Ordnung, weil er wirklich eben nicht mehr der Jüngste ist und einfach seine Karriere jetzt in der Major League Soccer ausleben oder ausklingen lassen möchte und deswegen dort auch nicht mehr so gut bewertet wird, weil er dort auch kein Star mehr sein wird, sondern eben einfach nur noch eben die Karriere beenden möchte, wie Xavi in, wo ist er eigentlich, in Katar irgendwo, irgendwo in der Wüste auf jeden Fall. Das wird ähnlich werden bei ihm von den Werten her und ja, deswegen 79 geht in Ordnung für Drogba, wie ich finde, nochmal zum Ende der Karriere ein kleines Downgrade. Genauso einen Downgrade haben wir bei Tevez, der kriegt von 85 einen Downgrade auf 83, trotz seiner 49 Spiele und hat dabei an 39 Toren direkt teilgenommen. Trotzdessen kriegt er von mir einen Downgrade, weil er eben jetzt nochmal zum Ende der Karriere hin zu der Heimat nach Argentinien wechselt, zu den Boca Juniors, kriegt dort deswegen ein Downgrade von minus 2 Pace, minus 2 Schuss und minus 1 Pass, dafür aber im Dribbling nochmal keinen Punkt, obwohl es da angezeigt wird. Das ist sehr verwirrend. Bei den Physics, minus 2, ja, ich denke einfach, das geht in Ordnung, weil er eben seine Karriere nochmal ausklingen lässt, bei den Boca Juniors auch nicht die Leistung bringen muss und auch nicht bringen wird, die er bei Juventus gebracht hat, deswegen geht das meiner Meinung nach voll in Ordnung. Mit 83 ist er immer noch ein sehr, sehr guter Stürmer und auf jeden Fall einer der Stars in der argentinischen Liga. Und das geht, denke ich mal, auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, wenn ihr andere Stars, andere Spieler sehen möchtet, egal was es ist, ich nehme alles, dann schreibt es mir in die Kommentare, ich nehme sie in die nächsten Videos auf und bewerte sie meiner Meinung nach. Und wie findet ihr, wie würdet ihr die Spieler bewerten? Lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren, wir sehen uns, bis dann!